ja hallo und herzlich willkommen hier bei lp john meyers und bei allen fleißsimulator ja der ist seit ein paar tagen raus ich habe ihn schon in die hände bekommen vorher aber ich war jetzt zwei wochen im urlaub abspannen für den ganzen und deswegen starten wir hier jetzt der los und rein also ich habe hier ein spielstand erstellten display ab noch nicht gespielt und wir starten da jetzt einfach rein und schau mal was das spiel mit sich bringt so herzlich willkommen jetzt wäre deine aufgabe als pilot in island fleißimulator ist deshalb transportaufträge zu erhalten fliege zu der betreffende insel um die waren abzuholen und bringe sie dann zum zum zielinsel genau zu fuß kannst du mit der mausbewegung in alle richtungen sehen nur mit den tasten w asd oder den falltasten kann ich gehen nun schau dich um und gehe in die farbige markierung so sehr gut hier siehst du die auftragskarte und kannst aufträge auswählen verfügbare aufträge sind als grüne oder rote paket symbol dargestellt klicke nun auf ein grünes paket symbol um genaue informationen zu diesem auftrag zu erhalten genau das klicken wir hier drauf so nun siehst du die auftragsinformationen und besonders wichtig deine bezahlung nun wähle einen anderen auftrag zum vergleich aus also hier wird mal 400 verdienen dann schauen wir mal schließen und was ruht 2000 aha illegal gut die bezahlung ist wirklich sehr gut aber du musst sehr vorsichtig sein denn es gibt zwei enorme risiken manchmal zahlen die brosse bösen jungs nicht und im schlimmsten fall erwischt die polizei und du musst eine hohe geldstrafe zahlen also lass uns auf der guten seite bleiben und einen legalen auftrag annehmen geht zurück herum zum würde dazu auftragskarte genau so schließen wähle ein grünes symbol schauma das war ein 400 und hier 200 also immer den hier dafür die man 400 annehmen herzlichen glückwunsch du hast deinen ersten auftrag erhalten verlasse nun die auftragskarte und glücke auf schließen zieh dich um und sucht die nächste markierung sie ist bei der tankstelle gehe nun in die farbige markierung an der tankstelle genau hierhin und da schnell laufen auch nein geht nicht schüttelig aus muss man sagen so bevor du fliegst solltest du lieber nach dem benzin status sehen und die aufwählen fülle den tank jetzt zu 100 prozent auf genau also das heißt hier verfügbar flugzeug hier okay aufwählen ja jetzt ist voll okay perfekt gleich bist du bereit für den start verlassen kann ich jetzt und begehe was begebe dich zum hangar gehen die farbige markierung dort um ein flugzeug zu bekommen gut zu diesem zeitpunkt hast du nur eins von drei flugzeugen wenn du mehr und mehr transportaufträge erledigt bekommst du geld mit dem du das flugzeug aufwerten und später auch noch bessere flugzeuge kaufen kannst es gibt also drei arten flugzeuge also los starte deinen ersten job und klicke auf fliegen genau dann fliegen nun bist du im cockpit mit der skype kannst du jederzeit ins menü gelangen und dann die hilfesektion auswählen dort werden alle steuerungsbefehle gezeigt wähle weiter wenn du alle befehle gelesen hast okay dann pass auf ok beschleunigen links gehirn verlangsamen rechts gehirn motor starten pause ansicht erste zweite und front ansicht okay verlasse das flugzeugmotor muss aus sein okay mit space bremst man mit m hat mir die karte mit g fahrwerk nach unten okay gut weiter drücken und kuh um den motor zu starten und dann schauen wir mal Oh, sehr gut. Du bist in der Luft. Drücke M, um deine Karte zu erzeugen. So, hier ist die Karte und du siehst deine aktuelle Position als Flugzeugsymbol. Erst, Abhol und Lieferpunkt sind ebenfalls hier markiert. Du kannst die Karte jederzeit aufrufen und du weißt, wo du bist. Klicke auf das X am rechten oberen Kartenrand, um den Flug fortzusetzen. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Hier, Abholung. Okay, das heißt, wir müssen einmal so komplett rumfliegen. Okay, machen wir das. Die Anzeige informiert dich über den aktuellen Status. In der oberen rechten Ecke siehst du Details zum Flugzeug wie Höhe, Reichweite und so weiter. In der Mitte ist der Positionsindikator und links die Minikarte. Schauen wir mal, sind wir schon richtig gedreht? Ich habe noch ein paar Mal. Genau. Mit der Mauswässig sonst steuern. Perfekt. Wir haben einen Moment. Das sind super. Ah, wir haben rot beim weißen Pfeil. Jetzt ist das buffet. Ja, dann schauen wir mal. Ich denke, ich habe ein bisschen tiefer. Da sollen jetzt auch schon die Insel abholen. Wir wissen da eigentlich, wo die guten Pfeiler sind. Dann geht es auch nicht nach der Bahn. Ich hoffe, das ist gleich hinten raus. Oh, da unten ein Schiff. Wart sie. Dann sehen wir schon die Gartenbahn. So langsam. Gras. Jawohl, gelangte Bremsen. Gut. Dann Motor aus. Und aussteigen. So. Cool. Soweit haben wir es geschafft. So, jetzt schauen wir weiter. Ach, haben wir jetzt? Nee. Was haben wir raus? Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Wir müssen doch jetzt glaube ich zuerst. Ja, genau. So. Hallo Herr Pilot. Da nehmen Sie die Lieferung. Was? Fahnen und fliegen Sie zur Insel Kaigi Island. Einen angenehmen Flug. Ja, das werden wir haben. So. Ups. Speichern? Ja, speichern wir mal. So. Und dadurch fliegen wir mal Kaigi Island. Ja. Und. Wenn wir etwas nach oben gehen. Ja. Ja, ich keine Ahme. Ja, ich keine Ahme. Ups. Ja, ich keine Ahme. Ich habe keinen Fluss. Ja, ich bin ja, ich bin ja. Und wir machen, das ist ganz gut. Dann können wir. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Lautsternmotor. Das ist ein Lautsternmotor. Ich bin gespannt, ob es es schaffen wird. Dann wäre es dann die Lohn, die Lohn zu sein, abzuholen. Aber dann ist ja eh schon mal erst ein Lohn zu holen. Oh, ein Engelschiff. Leute, cool. Ja, krass, oder? Ja, sieht so cool aus. Aber, ich glaube, ich muss einfach bei den Optionen, die Dinge wir einfach ein bisschen leiser machen. So, genau, jetzt passt es. Jetzt kommt die Insel auf die, was wir müssen. Mal schauen, wo da der Landetug ist. Ah, von der anderen Seite, okay. Ist das die Insel eigentlich? Wo wir hin müssen? Ja, genau. Wir fliegen jetzt einmal rum. Wir fliegen von der anderen Seite dann drauf und zu. So, ein bisschen tiefer rum. Und dann geht es die Insel. Und dann kommt die Insel. Das ist ein bisschen. Also das Spiel hat mehr als 100 Pensionen, drei Vierzeugtypen, also das ist das kleinste, glaube ich. Ja, wahrscheinlich so, aber man findet meistens wirklich den kleinsten an. So, dann gehen wir mal schauen, was das für Gas... So, ups, wieso ist dicht drüben? Ja, psalalala... Noch ein bisschen... So, oi oi oi... So... So, dann stopp! Ja, wir sind gelandet. Und... Wir stehen. So, jetzt geben wir das ab, jetzt schauen wir, ob wir es geschafft haben mit dem Kuhmotor aus. Mit dem Aussteigen. Und jetzt, wo müssen wir hin? Da ist ein Flieger, da müssen wir hin. Ops, die Mausbewegung ist sehr schnell. Vielen Dank für die Erfüllung meines Auftrags. Hier ist die Rebezahlung. Ja, vielen Dank. Dann speichern wir hier. Jawoll, gut. Und jetzt müssen wir schauen, wahrscheinlich auf der Map, wo es die nächste gibt. Ah, hier müssen wir jetzt wieder zurückfliegen wahrscheinlich. Genau. Dann fliegen wir da zurück, an und zur Base. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Cool. Also die zwei Flüge. Also hochgebracht habe ich sie, runtergebracht habe ich sie. Passt. Mehr brauchen wir gar nicht. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.